Zum Umweltrecht gehört auch das Umweltstrafrecht. Und das Umweltstrafrecht soll weiterentwickelt werden, meint zumindest die Europäische Kommission. Wir wollen uns in dieser Folge von 3 Minuten Umweltrecht daher mit dem von der Kommission dazu vorgelegten Richtlinienvorschlag ein bisschen näher beschäftigen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Umweltstrafrecht, was ist das Umweltstrafrecht? In Österreich kennen wir Strafnormen mit Bezug auf die Umwelt im Wesentlichen schon seit Jahrzehnten im Gewerberecht, im Wasserrecht, im Forstrecht beispielsweise, aber auch schon im Strafgesetzbuch 1974 waren Umweltstrafnormen enthalten. Der Europäischen Kommission war das zu wenig und 2008 wurde eine Umweltstrafrechtsrichtlinie erlassen, die dazu geführt hat, dass in Österreich die gerichtlichen Umweltstraftatbestände nahezu explodiert sind. In das Strafgesetzbuch wurden die Paragrafen 180a bis 180i entsprechend eingefügt. Der Kommission ist das allerdings noch immer zu wenig. Sie steht auf dem Standpunkt, dass das bisherige Umweltstrafrecht nicht effektiv genug ist und hat deswegen im Dezember 2021 einen Vorschlag für eine neue Umweltstrafrechtsrichtlinie vorgelegt. Dieser Vorschlag umfasst neue Tatbestände, beispielsweise das umweltgefährdende Betreiben von UVP-Anlagen oder das Betreiben von UVP-Anlagen Vorhaben ohne die entsprechende Bewilligung als neuer Tatbestand oder das Importieren oder Nutzen von Holz aus illegalem Einschlag. Auch das ist ein neuer Tatbestand. Neben diesen neuen Tatbeständen, muss natürlich alles noch in nationales Recht umgesetzt werden, kommt es auch zu verfahrensrechtlichen Verschärfungen. Die Kommission stellt sich vor, dass wenn jemand wegen einem Umweltstrafdelikt von einem ordentlichen Gericht verurteilt wird, dass dort auch Berufs- und Betriebsverbote mit einhergehen sollen. Das heißt, der Verurteilte darf auch in dem Bereich, wo er verurteilt worden ist, beispielsweise umweltgefährdendes Betreiben einer Anlage, für einen qualifizierten Zeitraum solche Anlagen gar nicht mehr betreiben, auch nach der Verurteilung nicht mehr. Da kommt einiges an Umsetzungsbedarf auf den österreichischen Gesetzgeber zu. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!